hey leute was geht da willkommen zu einem neuen video auf unserem kanal hier auf unseren kanälen beziehungsweise auf xofus und auf meinem das ist ein kleines minecraft projekt namens minecraft wir vielleicht schon im titel gesehen habt ja so geschrieben ja ja genau genau der grund warum ich so praktisch haben gerade schon eine aufnahme gemacht und ich wurde von einem vampir gewissen das auch der beweis hier sind sehr tolle mods drin ja mal sehen wie sich diese folge noch so entwickeln wird dieses projekt mit kumpel ja sehr super wir hatten gerade ein super start zur ersten aufnahme aber ja jetzt würde ich sagen passt eigentlich wir haben jetzt sagen ja bessere voraussetzungen so möchtest du etwas noch sagen xofu nein okay möchte ich nicht lass mal erst mal vielleicht und starter equipment machen wir haben hier sehr tolle mods drin die auf ich mache kraft den tabel ich habe schon gemacht scheiß drauf dinge ja egal haben wir zwei doppelt hält besser bruder hey was mache ich da bin ich dumm da ich mache mir gerade nur sorgen wegen diesen effekten ich habe keinen bock jetzt ein vampir zu werden also mir nie passiert natürlich nur du und glück bruder du stürzt auf süß in eine klippe rein ja das war ich bombe ich falle in so ein loch oder sowas und da natürlich chillen 100 vampire weil er kurz nah 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 du bist du bist du bist volldamage gestorben dicker ich bin sehr oft volldamage gestorben kann man so sagen ja ich glaube du bist zweimal ja so drei zweimal drei zweimal drei zweimal so was drei zwei mal jährlich waschbären ey süß guck sie dir an oder wofür bist du da bist du render distance ist natürlich auch wieder on point Ich hab's nicht getötet, ne? Boah, da ist es mir oben hier. Ach, das geht ja nicht. Oh, das geht ja nicht. Oh, vergessen. Yo, guck mal hier. Ey, lass mal ein Baumhaus bauen oder sowas. Bruder, ich dachte kurz Schloss Neuschwanstein. Guck mal, wie geil. Damn. Okay, lass hier bauen. Ich schwöre, lass hier ein Baumhaus bauen. Hey, das sieht so schön aus. Oh, mir ist das gut geworden. Siehst du es hier? Das ist das Lavendel. Oh, je. Sehr fresh. Oh mein Gott. Wie heißt der? Ist das eine Knarre? Du bist ein Vampirfänger. Wollen wir den mal töten? Ja, lass mal töten, Bruder. Lass den umlegen. Drei, zwei, eins. Easy. Hey, der ist komplett kacke. Ja, die sind komplett scheiße alle. Aber der hat auch nichts gedroppt. Ja. Aber ey, stellst du dir auch vor, hier richtig geil was zu bauen? Irgendwie schon. Ja, hier so ein geiles Baumhaus wäre mies fett. Das würde ich hier füllen. Guck. Hallo? Wo? Wo bist du? Ah. Hier. Ja, oh ja. Und dann hier und dann über die andere. Oder Bäume verbinden. Bäume verbinden. Boah, das wird echt geil. Wollen wir schon mal anfangen? Ja, klar. Dann fangen wir an mit dem Baum. Yes. Holen wir uns ein bisschen Holz. Klar. Aber nur von den kleinen Bäumen. Achso, ja. Weil die großen brauchen wir noch. Weil ich den schon schaffe, bin ich krass. Ui, Bruder. Ich bin einfach der Heftigste. Ich komme hier um das Holz ganz dran. Ui. Ui. Ich habe gerade eine Discord-Nachricht bekommen, Bruder. Ich habe ein Stack Redwood Planks. Ich würde sagen... Wie? Lass mal hier vielleicht unser Lager aufschlagen. Ne, du weißt? Hier? Oder ich würde jetzt schon anfangen zu bauen. Hier? Du weißt, wie ich auch liebe. Achso. Und hier machen wir... Ja, wir haben auch herausgestellt, man kann hier nicht drin schlafen. Ja, das ist richtig kacke. Ich glaube, dafür müssten wir die Dinger schreiben. Äh, sein. Schreibst gerne mal in die Kommentare. Die Schreiber, muss man sein, natürlich. Ja, wir müssen hier mal ein Vampir, glaube ich, sein. Aber es ist nicht toll, wenn ich jetzt ein Vampir bin. Aber ich glaube, hier wird es richtig toll sein, auch mit den Monstern. Deswegen sollten wir vielleicht schon mal nach oben gehen. So, sag mal, wie wir nach oben gehen sollten. Mit, äh, Plank, also mit Dinger, Treppe oder mit Leitern oder wie, wie denkst du? Hey, Digga, ich sehe ja gerade was krasses. Lass mich mal kurz auch gehen. Okay. Weil dann baue ich uns was. Die ganzen neuen Türen. Was ist das? Akazienholz, Plastik, gleich, geil. Es sieht echt geil aus, wie alles schisselt. Boah. Boah, abu. Hä? Yo. Digga, was es alles geiles gibt. Mit dem Holz geht es nicht, ne? Ja, weil das ist ein Mod. Du bist sehr kommutativ, Digga. Wo bist du? Ich, ich, ich gehe auch, ich, ich baue uns was Schönes. Ja, wo bist du, Bruder? Ich gehe auch, alles gut. Wo gehst du? Ja, bau dich einfach ein, Digga. Weil ich habe Crafting-Table geöffnet, habe was Schönes gesehen. Ah, du holst jetzt was, ne? Ja. Na, ich crafte jetzt gleich was. Okay, ich habe jetzt schon mal hier ein bisschen abge, abgedingst, abgegrenzt. Perfekt, Bruder. Guck mal. Ja. Redwoods-Door. Also ich finde, dieser Wald erinnert mich an Hogwarts irgendwie so. Hogwarts? Weißt du? Ja, Hogwarts. Ja, also insgesamt von dieser Harry Potter Welt. Dieser, so ein Wald. Ah, du, Hogwarts noch nicht. Ja, nicht Hogwarts, Digga. Ich meine, so eine Welt. Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber na, finde ich jetzt nicht. Da bist du. Finde ich schon. Ach, die kann ich uns natürlich hier umwegnehmen. Bruder. Bruder, geil, oder? Ich finde die Tür echt geil. Ich baue hier wahrscheinlich so ein kleines Haus und dann können wir hier mit einer Leiter auf die Bäume und oben baust du so deinen Space, ne? Oh, ja. Und, was ist es? Ja, du bist der Beste. Oh. Boah, lass mal erst mal chillen von dem ganzen Arbeiten, Bruder. Oh, Dieter, Dieter. Oh, oh, Zombies. Boah, das ist echt geil, Bruder. Okay, wollen wir damit schon die Folge beenden, oder was meinst du? Oh mein Gott. Ich weiß, die Minuten. Komm, wir machen die 10 Minuten voll. Ich muss auch schnell was gemachten. Schon wieder? Oh mein Gott. Ja, natürlich, Digga, ich bin sehr produktiv. Wie macht man das? Ah, den Dreck macht man aus dem. Wie sieht man das Crafting-Rezept? Er darf so ein Buch an der Seite. Ah, ja, stimmt schon. Oh, oh. Ja, bin ich drauf, ich bin Handlungen wieder ausgewiesen. So, unsere Tür kurzartner. Ja, was ist das denn für ein... Und er setzt sie. Ups. Ja, genau das habe ich auch gesehen. Aber da kann man nicht gegenlaufen, das war ja scheiße. Ne, das ist ja cool. Aber es sieht auch real aus. Ja, mach aber die alten Türen wieder hin. Ich finde das, ich fand das passt besser. Wie? Wir können so eine Bar machen, so Western-Bar, ne? Mach mal schnell wieder die Türen wieder hin. Alles gut, Digga. Schön. Okay, wir müssen erst mal entdecken, Leute, ne? Also wir haben echt geile Matze drin, finde ich. Was ist das? Es gibt ein Nether-Door-Paint. Was? Also ob... Ich weiß jetzt nicht direkt, was das heißt. Der ist es aber... Es gibt einen Schraubenschlüssel. Ja... Fliessch? Ja, vielleicht für... Bechissel und Bits ist diese Schraubenschlüsse. Ja, ja. Aus Holz, aus Holz. Ich glaube schon. Ja. Ich frage nur auf... Ob der bei dir aus Holz ist. Ach so. Dieser Ding. Ja, ich glaube schon. Was hast... Was ist das? Was hast du gemacht? Was ist das? Was? Warte, wir craften mal den... Warte, warte, war das so? Weiße, ich bin auch kein King. Das ist ein bisschen unrealistisch, dass das Ding mir keinen Schraub macht. Äh... Wir können so ein Weg machen. Wir können so einen Weg machen. Endlich. Wir finden sie mal in Schock. Kann man in a place? Nee. Oh mein Gott. Ich hab ein Schock. Ich hab ein Schock. Was bringt der? Du meinst, du kannst Leute schlagen, oder? Nee, damit kannst du Leute schlagen. Komm mal her, Zombie. Und das ist... Der macht kein gutes Damage. Mehr kann man in Schock machen. Der macht auch nicht viel. Was ist denn Müll? Der... Der... Der braucht einen Stick und zwei Planks. Alles klar, Läger. Ja, es gibt auch so viele geile Sachen. Und das, Leute, die ganzen geilen Sachen werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge machen. Äh, ja. Und so froh. Wollen wir noch etwas zum Abschluss, zum Ende sagen, der tollen Folge? Ähm... Super, super. Super, super. Geht irgendwann weiter? Keine Ahnung. Okay, Leute, ne? Dann würde ich sagen, das nach dem Video, das gerne, like und ein Abonnent. Oder natürlich bei XO vorbeischauen. Tschüss. Und andersrum auch, ne? Ja, ja. Ja, ja, genau. Tschüss. Ja, tschüss.